Droppt ein Like, droppt ein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Kommt auf meinen Discord, erste Link in der Beschreibung, um bei diesen Trolling-Videos mitzumachen. Ah, meiner Wischwasch, Junge, wo sind hier die Einreisebeamten? Oh Mann, schon wieder ein erneuter Spam, Hilfe! Ja, dürfte ich einmal Ihre ID wissen? Ähm, wieso? Einfach mal so. Ähm, Sie kriegen meinen Ausweis, wenn Sie wollen. Sagen Sie mal bitte Ihre ID. Bitte schön. Nein, hallo, ja, was wollen Sie von mir? Wollen Sie gleich einen Bann haben, weil Sie Ihr Scroll-Admin-Spam die ganze Zeit... Ja, weil hier niemand kommt, ich bin voll traurig. Ich warte schon seit einer halben Stunde. Trotzdem brauchen Sie doch nicht die ganze Zeit hier rumzustellen, wie sonst was. Aber hier ist niemand. Hallo, ich möchte gerne einreisen. Ja, dann kommen Sie kurz. Erzählen Sie mal was von sich. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wie war Ihr Flug? Also, mein Name ist Rob Cropp. Ich komme aus der Winky Bonka-Schokoladenfabrik. Ich möchte gerne Schokolade herstellen und bin einer der Besten. Einer der Besten? Ja, sind Sie der Weihnachtsmann? Nein. Und warum tragen Sie eine Weihnachtsmütze? Weil wir Weihnachten haben. Äh, wir haben noch keinen Weihnachten. Weihnachten ist erst am 24.12.2021. Und wir haben aktuell den 20.11.2021. Ja. Also, wenn Sie mal rechnen, würde das noch über einen Monat hinweg sein? Boah, jetzt bitte schön Weihnachten. Sagen Sie mir das. Wir sind alle in einem Weihnachtenziel. Also, man könnte im Maximum sagen, dass Weihnachten ab dem 1. beginnt. Aber es ist ja noch nicht mal der 1., sondern ein ganz anderer Monat. Gucken Sie mal, ich bin der Weihnachtsmann. Sie wollen einreisen. Ja, ich möchte einreisen. Wenn Sie kooperativ sind, nein, wenn Sie kooperativ sind, dann werde ich Sie einreisen. Nein, einmal hier die Schnabel halten. Du sollst doch von mir erzählen, warum soll ich jetzt leise sein? Ja, du erzählst aber nicht von dir, du erzählst mir irgendwelche Sachen gegen mich. Ey, ich versuche ein Gespräch aufzubauen. Guck, wir reden doch die ganze Zeit, habe ich doch gut gemacht. Ja, aber willst du nicht einreisen? Doch, gib mal einen Type. Ja, dann muss ich jetzt erstmal hier anfangen. Ja, dann fangen Sie an, Baby. Ich gebe dir gleich einen Schlag auf den Kopf, mein Freund. Neh mal das kurz an. Ich stehe jetzt im Mode abgelehnt. Warum lehnst du ab? Du sollst annehmen. Hä, meinst du nicht ab? Ne, hä? Nein. Du sollst im Dienst. Nur kurz. Ja, Bruder, Bruder. Ich wurde hier einfach eiskalt zurückgelassen. Ich warte hier schon seit 10 Minuten. So, dann nehme ich zwei Jungs mit. Du einmal mit der Weste. Du kommst mit. Dann setzt euch mal hin. Ja, Baby. Was? Wie bitte, was haben Sie gesagt? Ja, Sie haben was gesagt. Ne, habe ich nicht. Haben Sie was gesagt? Da ist er. Da sind sie. Sie, Rowdy. Ich habe Ewigkeiten auf Sie gewartet. Ich mag sie nicht. Sie böse mich. Ja, ja, ja. Guck, 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 guck. Ich lasse den denn gleich über. Du machst mit dem weiter. Ich werde jetzt hierbleiben. Ich bleibe jetzt in diesem Kreis. Stellen Sie sich mal vor. Ich bin St. Kassberger. Interessiert, lieber. Okay, wie alt sind Sie? 20. Interessiert, lieber. Okay, und von woher kommen Sie? Interessiert, lieber. So, du sagst doch einmal, interessiert niemanden. Da interessiert sich auch keine Mühe für dich. Oha, Bruder. Okay, und was möchten Sie in den Stadtra... Ruhig, Sie sind gar nicht mehr drangenommen. Also, dann steht da... Und was möchtest du hier erreichen? Mein Bruder, sieht doch auch kein... Was? Was? Einer von euch irgendwie dazwischen gehört zu dem anderen. Ich meine, Sie ernst, ne? Ich weiß. Also, nochmal. Okay, jetzt hört auf zu lachen. Nochmal, bitte. Willst du einfach Kinderriegel? Nochmal. Was möchten... Okay, ich hole den Medic. Nein! Wieso? Was für den Medic? Hä? Beste Eidreise. Verdammt, stopp. Ja, ich hatte richtig Angst. Ich hatte Eierflatter an 10. Also, nochmal. Was möchtest du hier im Stadtraut erreichen? Gar nicht. Darf man hier OOC reden? Also, bei dem anderen durfte ich das. Ja, natürlich. Ab spät, halt. Okay, also, irgendwie habe ich hier ein bisschen Performance weg. Okay, und von wo kommst du? Äh, ich komme eigentlich aus Deutschland, aber hier an meinem PC bin ich gerade aus Deutschland gekommen. Es ist eigentlich normal, dass ich Ihren grünen Anzug nicht sehen kann. Grün Anzug? Ja, den grünen Anzug hätte ich gerne einmal gesehen. Wieso? Sie können ja ein Fake-Einreisebeamter sein. Achso, ja. Warten Sie mal, da muss ich mich da kurz drüben umziehen. Ja, ziehen Sie sich doch mal um. Das ist lächert. Äh, aha, machen Sie das. Oh, Sie haben es nicht geschafft, sorry. Also, Sie haben sich leider nicht umgezogen. Doch, ich habe es geschafft. Ja, ja, wo ist er denn? Sie haben es doch mal gesehen. Ach so. Hä, aber Sie wissen schon, dass Sie I-10 nicht so tun müssen, als würden Sie O-O-C Ihren Anzug anziehen. Oh, egal. Egal, lassen Sie, lassen Sie es so sein. Also, Ihr Anzug ist O-O-C. Sie müssen sich nicht an der Wand anziehen. Der mit der Mütze, stellen Sie sich mal vor. Ich bin ein Rache. Interessiert niemanden. Du seufst jetzt ruhig. Bin ich doch. Äh, Alter. Interessiert niemanden. Alter, ich schicke dich gleich zum Medic, ne? Also, nochmal. Interessiert niemanden. Er hat einen Schlauch. Oha, hast du mich gerade beleidigt. Ich guck mal, er hat mich beleidigt. O-C angegriffen. Der mit der Mütze, gehen wir mal kurz weg. Äh, was machen Sie mit mir? Hallo? Was machen Sachen? Machen Sie nix? Ah, ja, okay. Nehmen Sie ihn halt. So, ich schicke dich jetzt zum Medic. Nein, du schickst mich da nicht hin. Du hast gar nicht das Dreckchen dazu. Passt du nicht, nicht mal. Ja, ausnahmsweise, besser ist es. Ja, bring die Weißen mal zum Medic. So, jetzt kommt der Medic. Oh nein, der Medic kommt. Der hier, der hier. Ja, was mache ich denn? Hallo? Du redest ganz nicht rein. Du redest ganz nicht rein. Ich red nicht rein. Der Medic nimmt dich jetzt mit. Ich hab nicht einmal. Das ist eine Lüge. Vier gegen ein. Guck hier. Also, wer... Ich will kurz eine Abstimmung, warte. Erheb die Hände, wenn ich reingeredet habe. Ja, guck, und wer ist dafür, dass ich nicht reingeredet habe? Hier, vier gegen ein. Das ist eine Lüge. Körs auf uns, oder wir tun ein bisschen andere Sachen aufziehen. Ich? Ich will aber nicht mit. Doch, du gehst jetzt mit. Weißt, was wir machen? Die Theke, da vorne lest ihr das scheiß Regelwerk einmal nochmal durch. Und dann mache ich das Regelwerk. Dann kommst du jetzt mit? Die haben neun Idioten in der Gruppe. Wenn du jetzt rein... Ey, wenn du jetzt einmal reinredest bei mir, kriegst du eine Ausreise. Oha, der andere war viel netter. Das ist voll böse. Du hast mich zehn Jahre warten lassen. Jetzt muss ich hier mit zehn Leuten eine Einreise machen. Also, ich möchte gerne einreisen. Oh, okay. Können Sie mir kurz Ihr Personalausweis zeigen? Aber natürlich, die Dame. Ich bin dann Herr. Kenn ich nicht, aber der hört sich nicht so vernünftig an. Oha, was haben Sie gegen meinen Namen? Ähm, ja, kommen Sie mal mit, erst mal. Yo, Bro. Bin ich hier, Bro, ne? Unsere Regeln gelesen. Ähm, natürlich, der Herr. Herr DM und Frau DM. Eine safe drive-by und a new life. So, haben wir dann alles. Ja, die letzte Frage für, wie viel ist mein Outfit wert? Äh, dein Outfit sieht sehr billig aus. Ja, billig halt. Was billig? Ja, ja, billig vom H&M, Junge. Äh, von H&M. Ja, von H&M, zehn Dollar hier. Zehn Dollar? Ja, so zehn Dollar hier, so richtig auch billig. Mein Outfit hat 100k gekostet. Was für 100k, Junge, wo ist 100k? Aber Sie kennen ja die Regeln. Halten Sie sich auch an den Regeln? Ich habe mal eine Frage an Sie. Was ist scripted RP? Script benutzen für das RP. Oh, 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 oh. Okay, ich bin raus. Okay, ciao, ciao. Nein, nein, ich will nicht raus, aber wiederholen. Was sagst du denn? Okay, dann lasse ich Sie mal kurz rausfliegen. Steigen Sie ein, ich rette Sie. Warte, ich muss mir erst was holen. Nein, steigen Sie ein, steigen Sie ein. Das hast du nicht, das ist verboten. Das hast du nicht, das hast du nicht, das hast du nicht. Hallo. Was ist der? Ähm, Sie dürfen gar keine Waffe besitzen. Klar, das ist ein Waffenschein. Nein, das ist ein Waffenschein. Woher ich das weiß? Woher? Weil ich ein Admin bin. Was ist ein Admin? Hilfe. Äh, ein Admin bin ich. Ich kann dich einfach ganz gleich wegbannen, wenn du möchtest. Was ist ein Bann? Äh, ein Bann ist, wenn ich dich banne, über Easy Admin zum Beispiel. Oh. Sie haben ja aber immer noch nicht gekannt, was für ein Admin ist. Doch, ein Admin ist eine Person, die Bannrechte hat auf diesem Server. Was ist dein Server? Im Server ist es darauf, wo wir gerade spielen. Was stellen Sie mir hier denn für Fragen? Können Sie sich das nicht alles selber beantworten? Haben Sie nicht die AGBs des Servers gelesen? Was ist dein Server? Wir haben es mir immer noch nicht gekannt. Ja, C-Talk ist in Grenzen erlaubt. Nimm nicht, bevor ich dich bannen muss. Äh, hä? Ich benimm dich doch. Ich bin nur bei... hä? Nein, du benimmst dich gar nicht, Junge. Du bist richtig aggressiv. Warum bin ich denn aggressiv? Du bist richtig aggressiv. Ich bin jetzt schon für Beleidigungen Bann. Hallo, man hört deine Hintergrundgeräusche. Das darf man nicht. Das ist Fail-RP. Hat die Hintergrundgeräusche? Ja, das ist Fail-RP. Man hört doch auch nicht in einer AP-Situation plötzlich die Tastatur. Man darf nicht um Ruhe zu reden, nur man darf auch keine Tastaturgeräusche haben. Bist du irgendwie hängen geblieben? Ich bin richtig krasser, ne? Ja, ich bin richtig krasser. Mit deinen angeblichen Hexereien. Ab ins Wasser! Wuhu! Ja, bist du schuldig. Ah, guck mal, du bist ins Wasser gefallen. Bist du schlecht? Nein, ich bin gut. Du kannst denn unter Wasser reden. Hallo, das darfst du nicht. Ich hätte den Typen schon gerne noch geerdmt, aber ich finde ihn nicht mehr.